Haha, endlich ist die Schule vorbei. Ja man, ich hatte zum Schluss so keinen Bock mehr. Jetzt sind wir ja fertig. Möchtest du was mit mir unternehmen? Nee, sorry, ich hab leider keine Zeit. Hm, das ist ja komisch. So schnell ist Lili noch nie weggelaufen. Eigentlich wollte ich sie zum Eis einladen. Naja, dann hol ich mir selber ein Eis. Kaugummi-Eis ist echt das beste Eis auf der ganzen Welt. Schreibt mal in die Kommentare, welches Lieblings-Eis deins ist. Also meins ist Kaugummi-Eis. So, also ich geh jetzt in die Eis-Diele. Hä? Lili, sitzt Lili da etwa? Hä? Mit wem sitzt sie da? Da muss ich direkt erstmal schauen. Warte, warte, warte. Mit wem sitzt sie denn da? Oh, mit so einem Typen. Was macht sie denn jetzt? Hä? Sie, 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 kommt sie sich etwa näher? Oh, Mann. Dabei ist Lili doch nicht nur meine beste Freundin, sondern meine Freundin. Nein, wir sind ein Paar. Lili und ich sind doch ein Pärchen. Oh nein. Nein. Sie geht fremd. Sie geht fremd. Ey. Heute ist ein Tag später und ich gehe ganz alleine zur Schule. Ich weiß gar nicht, wo Lili ist. Normalerweise laufen wir mal zusammen zur Schule, aber nein. Ach komm, das hat bestimmt was mit gestern zu tun. Hey, Leute. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Müller. So, dann fangen wir den Unterricht erstmal mit einer Anwesenheitskontrolle an. So. Aber Org ist da und Paul ist da und Lili ist. Hä? Lili ist ja gar nicht da. Aber Org, weißt du, wo Lili ist? Mann ey, woher soll ich das wissen? Ist ja gut ey. Hast du schlecht geschlafen? Naja, wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Also, heute haben wir nur eine einzige Frage und zwar, was sind 1 plus 7 minus 3 geteilt durch 4? Ich will nur richtige Antworten in den Kommentaren sehen. Oh, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Ich sag's euch. Ich würde jetzt viel lieber wissen, wo Lili ist. Was Lili macht? Warum ist sie nicht da? Was war das gestern da bei der Eisdiele? Ich glaube, sie ist eine Fremdgeherin. Ich kann mir nur das vorstellen. Herr Müller, Herr Müller, darf ich bitte aufs Klo, bitte? Aber Org, der Unterricht hat gerade angefangen. Du hättest auch vor der Schule aufs Klo gehen können. Bitte, Herr Müller, wollen Sie, dass ich mir in die Hose pisse oder was? Na gut, Aber Org, du darfst aufs Klo gehen. Danke. So, Freunde, ich gehe natürlich nicht aufs Klo. Ich möchte doch wissen, was mit Lili los ist. Lili ist doch gar nicht in der Schule. Ich spioniere jetzt erstmal ein bisschen. Vielleicht kann ich ja herausfinden, mit wem Lili sich da gestern getroffen hat. Ich möchte zumindest wissen, mit wem sie fremd geht. Das ist das Haus, wo sie zuletzt gesehen wurde. Hier hängt sie bestimmt mit ihrem super tollen neuen Freund ab. Ganz ehrlich, ich breche ein. Ich breche einfach jetzt ein. Ganz ehrlich, das geht nicht anders. So, was ist das denn hier für ein Haus? Hä? Das sieht ja aus wie ein Labor. Mit wem ist Lili denn jetzt zusammen? Mit irgendeinem Freak oder was? Äh, das geht ja gar nicht. Äh, was ist das denn? Äh, was ist das für ein Ding? Äh, äh, da ist Lili. Äh, Lili. Wer ist das? Was ist das denn für ein Typ? Warte, das ist Superman. Das ist Superman. Lili hängt jetzt einfach mit Superman ab. Na klar habe ich keine Chance. Wie soll ich denn gegen Superman anstinken? Das ist ein Superheld. Und nicht irgendeiner, sondern der krasseste von allen. Äh, äh, bitte, bitte. Das macht so viel Spaß. Äh, äh, aber nur weil du es bist. Ich aktiviere den Laser nochmal. Und grün. Äh, 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 oder rote. Und dann gehe ich nochmal hier hin. Und dann nochmal. Äh, blitz, blitz, blitz. Uh. Äh, äh, das macht so viel Spaß. Ganz ehrlich. Ach, Superheld. Du bist echt wunderschön. Ach, Lili. Und du bist klug und lustig. Ich mag dich so gerne. Ich mag dich auch sehr gerne. Was? Das ist doch klar. Die Beine da unten, das sind Fremdkehrer. Ey, Lili geht einfach fremd. Lili geht einfach fremd. Lili ist einfach eine Fremdkehrerin. Ich kann es immer noch nicht fassen. Lili ist einfach eine Fremdkehrerin. Das hätte ich niemals erwartet, Mann. Ganz ehrlich, Mann. Aber wo warst du so lange? Ach, wissen Sie was? Ich habe dünnen Schiss. Äh, na gut. Ich habe gemerkt, dass diese Aufgabe für ein paar von euch ein bisschen zu schwer ist. Darum mache ich eine neue Aufgabe. Was sind 3466 minus 23? Aber, Org, hast du echt dünnen Schiss? Paul, hör auf, mich auszulachen. Warum soll ich aufhören, dich auszulachen? Du stinkst voll nach Kacke, du Kacke-Stinker. Jungs, hört auf, euch zu streiten. Ihr sollt meine Frage beantworten. Kacke-Stinker. Hör auf. Kacke-Stinker. Hör jetzt auf. Hallo, der Unterricht ist an. Ihr müsst jetzt meine Frage beantworten. Hallo, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Lili, hast du Durchfall oder warum bist du zu spät gekommen? Nein, ich habe doch keinen Durchfall. Wer hat denn Durchfall? Aber kein Durchfall. Hey, Paul. Ähm, hallo, Kinder. Ihr wisst schon, dass wir hier im Unterricht sind, ne? Ihr könnt euch jetzt nicht einfach irgendwie unterhalten. Ich will meine Frage beantwortet haben. Hallo, kann mir mal jemand zuhören? Hallo. Ja, endlich ist Pause. Ganz ehrlich. Oh, meine Herren. Mann, ey. Was war das bisher nur für ein Schultag? Lili ist einfach eine Fremdgeherin. Hey, aber, was ist los? Warum benimmst du dich so komisch? Warum ich mich komisch benehme? Du benimmst dich komisch. Nein, du benimmst dich komisch. Lili, ich habe genug von deinem Blödsinn. Also, auf solche unnötigen Diskussionen, wo ich weiß, dass ich recht habe, lasse ich mich nicht ein. Ich gehe jetzt. Ganz ehrlich, Lili. Auf dich kann ich verzichten. Mann, ey. Sie ist eine Fremdgeherin und sie sagt auch noch, dass ich mich komisch verhalte. Ganz ehrlich, das geht nicht. Lili und ich sind doch jetzt schon so lange zusammen. Wir sind doch ein Herz und eine Seele. Wie kann sie mir nur so etwas antun? Ganz ehrlich. Naja, ich habe Bock auf einen Hotdog und hier in der Tankstelle gibt es immer die besten Hotdogs. Hier werde ich mir jetzt erstmal einen kaufen. Ja, Mann. Ich bin der Coolste von allen. Ich bin der Superheld. Jeder mag mich. Ich bin einfach so cool, ey. Digga, ist er jetzt einfach der Superheld? Das ist doch der Typ, mit dem meine Freundin fremd geht. Ey, Kumpel. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Na klar. Du bist ein Fan von mir. So wie jeder. Ich bin Superman. Jeder liebt mich. Nein, Mann. Lass die Finger von meiner Freundin. Du gehst fremd mit ihr. Das geht gar nicht. Ey, Bro. Ich habe schon eine Freundin. Und dich geht meine Freundin gar nichts an. Na klar, geht mich, deine Freundin was an. Denn deine Freundin ist eigentlich meine Freundin. Und wenn du dich noch einmal mit ihr triffst, dann ziehe ich dir hier mit eins über die Rübe. Ganz ehrlich. Ey, Freundchen. So redet man nicht mit dem Superheld. Nein, das geht mir zu weit. Dafür kriegst du eine Lektion. Und Ping. Ah, Mann, ey. Ich bin voll in Wasser gefallen. Der hat mich an das ganze Ende von Brookhaven geschmissen. Der Typ, ey. Der Superman. Der ist so stark. Der denkt sich auch, der kann sich alles rausnehmen. Der kann mich über die Map schleudern, weil er ultra stark ist. Der kann sich meine Freundin schnappen. Den werde ich es erst mal zeigen. Den ziehe ich jetzt so eins über die Rübe. Ganz ehrlich. Ich weiß ja, wo der ist. Der ist gerade an der Tankstelle. Und da gehe ich jetzt sofort wieder hin. Und dann mache ich ihn fertig. So, ich bin jeden Moment wieder an der Tankstelle. Ich glaube, dein Schwein pfeift. Ich glaube, ich raste hier gleich richtig aus. Der schubst mich einfach dahin. Hin? Was ist da denn los? Hä? Warte. Lilly, bist du das? Lilly, bist du das? Lilly? Ah, ich werde von so einem Monster angegriffen. Hilfe. Ey, Freundchen. Wer bist du? Hast du meine Lillien führt? Lilly, ich rette dich. Und... Bang! Haha. Du denkst, dass du mir was anhaben kannst? Ich hau dir eins auf die Schnauze. Aua! 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 Und jetzt kommt der Finale an Ripp und... Bang! Aua! Oh nein! Amok! Nein! Macht euch keines wrong. Ich bin der Superheld. Ich bin Superman. Und ich werde ihn besiegen. Lilly, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Ja, doch, ist alles in Ordnung, aber bitte befreie mich, bitte rette mich von dem Bösen Alles klar, ich bin Superheld und... Lilly, 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 ich befreie dich, so, komm runter da, oh man ey, das tut mir so leid Ach, danke Superheld, danke, dass du mich gerettet hast Ich hab nicht nur dich gerettet, ich hab auch Aborg gerettet, los Aborg, ich helf dir aufstehen Halt deine Schnauze, du hilfst mir gar nicht aufstehen, ich schaff das auch alleine, ganz ehrlich, du Fremdgeher, lass die Finger von Lilly Hä, Aborg, was ist denn los, warum nimmst du dich die ganze Zeit so komisch? Was los ist, du bist eine Fremdgeherin, ganz ehrlich, du bist mit dem Superman, fremdgegangen Nein, Aborg, ich war doch nur der Lockvögel für den Böseweg, wir haben das abgesprochen Das war eine streng geheime Mission, niemand durfte davon erfahren Ach ja, Lilly, und diese Lügengeschichte, die soll ich dir jetzt noch glauben, nach all dem, was du getan hast? Ja, Aborg, verglaub mir, glaub mir, ich bin nicht mit einem Superheld zusammen Hm, na gut, Lilly, ich liebe dich schließlich, ich glaub dir Hehe, Aborg, und ich lieb dich auch Hey, mein Schatz, da bin ich, mein Lieblings-Superheld, ich liebe dich Hey, Superwoman, oh, ich liebe dich auch, schön, dass wir schon so lange ein Paar sind Na, Aborg, siehste, der Superheld, der hat auch schon eine Freundin Oh Mann, Lilly, Entschuldigung, dass ich so eifersüchtig war und danke, dass ihr die Welt gerettet habt Na, ist doch kein Problem, ich liebe dich auch Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da Und schau doch gerne das Video auf der rechten Seite an Wir sehen uns dort sofort wieder, bis gleich und ciao